So, und dann sind wir da eigentlich auch schon durch. Mit dem Ding auf diesem Niveau. So, und auf dem Niveau wollen wir das Ganze eigentlich haben. Okay, da hinten ist wieder so ein Spacko. Ich ziehe hier einfach mal gerade hier noch ein paar Steine in die Gegend. Und einfach, weil wir es können. Und auch wollen. Also ich will es zumindest. Ob ihr das wollt, weiß ich nicht. Es gibt jetzt natürlich wieder eine riesige Baustelle. So. Zack, zack, zack. Zack und zack. Und dann kommt da noch einer hin. Und dann werde ich hier auf der Ebene mal wieder ein paar Dinge abtragen. Einfach, weil sie im Weg sind. Und ich die da nicht so haben möchte. So, wunderbar. So, und dann werde ich auch ein paar Bäume fällen. Das tut mir jetzt fürchtbar leid. Wo ist er? Nein, egal. Es tut mir jetzt zwar furchtbar leid. Aber ich will die einfach. Boah, das ist mir gerade alles viel zu dunkel, muss ich sagen. Ja, weil, hier. So, Entschuldigung, aber das war jetzt echt nötig. Oh Mann. Wieso schwebt denn der jetzt hier eigentlich in der Luft? Na, du, du, du. Zack. Ah, da ist er. Ja, ja, ist ja gut. Hihi. So, was ich jetzt auf jeden Fall möchte, ist eine Runde schlafen. Guten Morgen. Damit wir am nächsten Tag einfach wirklich in Ruhe weiterbasteln können. Okay, der Typ ist auch weg. So, auf dem Niveau will ich den Spaß hier haben. Das heißt, ein Niveau höher hätte ich dann... Was auch immer da schon wieder rumflupselt. So, auf dem Niveau. Genau, verreckt doch. So, zack. Auf dem Niveau hätte ich ganz gerne nämlich eigentlich Stein. Alles. Das heißt, das sollte ich auch wirklich alles wegnehmen. Also hier, das ist da eigentlich nicht. Das ist eigentlich okay. Das hier unten muss ich wegnehmen. So. Ah. Oh, Samen. Samen, 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 Samen. Was mache ich denn da jetzt? Was mache ich denn da jetzt? Ich könnte mal eine Kleinigkeit essen, glaube ich. Genau. So. Zack. Zack. Das ist auf jeden Fall eine gute Kleinigkeit. Sechs. Und... Yummy. Kann ich hier Samen mitnehmen? Und... Samen. Und das Gras ist mir gerade egal. Dann gehe ich hier wieder auf die Schaufel. Und die Erde ist mir gerade auch egal. So. Ich weiß, wir werden viel, viel, viel Erde brauchen. Um den ganzen Spaß dann auch noch abzudecken. Was wir ja auch machen wollen. Und ich bin auch ein bisschen am überlegen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ob ich nicht noch was viel Fieseres oben reinziehe. Boah, das wäre cool. Ey, das wäre noch viel cooler. Boah, Jungs, das mache ich. Boah, ich habe schon wieder einen fiesen Plan. Ich habe zwar noch gar nicht das, was ich da für haben möchte. Aber dafür habe ich schon einen Plan. Einen richtig hinterhältigen, fiesen Plan. So. Und dass man das jetzt nicht einfach aufsammelt. Ich denke, da gibt es eine Mod für. So, Entschuldigung nochmal, aber das musste jetzt auch sein. Jetzt sollte es dann aber gehen. So. Ähm. Boah, ich nehme viel zu wenig Frames per Second. Aufhört mir da gerade auf. Irgendwie ist gerade voll am rumruckeln. Ich weiß nicht warum. Sag mal so, ich weiß doch warum. Aber, das kann man ja mal probieren. Okay. Hat sich wirklich was geändert. Ich warte mal fünf Minuten. Ähm. Verdacht ist einfach, dass ich zu viele USB-Interrupts habe. Beziehungsweise irgendwas, was halt permanent auf USB-Interrupts, also nicht USB-Interrupts, USB und Interrupts. Haha. Das ist ja eh so eine Geschichte. USB ist ein Polling-Device. Das heißt, das muss man regelmäßig pollen, damit man da die Informationen rausliest. So. Aber das bedeutet dann doch für mich, dass ich hier jetzt raushüpfeln kann. Zack, zack, zack. Das andere Shutter haben wir da drüben. Toll. So, dann bringen wir mal die Erde weg. Und die Samen. Und den ganzen anderen Scheiß. Ah, meine Frame steigen. Was für eine... Okay. Vielleicht auch nicht. Aber doch, jetzt bin ich wieder bei 30. Also. Okay, gut zu wissen. Ne, also es schwankt noch so ein bisschen hin und her. Ja, also irgendwas an meinem System macht mir gerade ein bisschen Larifari. So, einmal Setzling. Hier, bitte. Einmal Samen. Wollte ich, glaube ich, woanders hin haben, ne? Samen hätte ich ja ganz gerne in meine Samenkiste. Na gut. Oh. Also einmal da. Und dann tauschen wir die. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Knallen da noch mehr Sand drauf. Nehmen hier die Hälfte von der Kohle. Nehmen hier die Hälfte von der Kohle. Und knallen hier nochmal Sand drauf. Dann kann ich das Glas hier schon mal mitnehmen. Und das Glas. Und hier kann ich auch ein bisschen Glas mitnehmen. Allerdings nicht zu viel. So, schön. Sonst kann ich das nämlich nicht wieder zurücklegen. Das finde ich gerade echt schön. So. So, so, so. Wunderbar. Und dann. Oh. Dann gehe ich doch mal hier hin. Oh je. Oh je. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Ja, auf der Ebene müsste ich eigentlich eh noch ein bisschen. Ja und nein. Oh man, 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 man. Das wird echt interessant. Das wird also. Das ist die Decke. Dann würde das bedeuten hier. Allerdings würde ich ganz gerne eine gerade Linie haben, was die Wand angeht. Und das ist auch noch ein bisschen komisch. Den Brunnen müsste ich dann eins weiter nach oben. Weil entweder ist die Kante die Kante. Dann wäre es die. Das könnte ich aber auch machen. Wobei ich das ungern machen würde. Wenn die Kante, ne komm, ein weiter nach oben setzen wir den. Dann haben wir auch mehr Platz. So. Ah, so. Dann ist aber auch gleichzeitig die Frage. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich das da drüben anfangen. Ich glaube, wenn ich das drüben anfange, dann sind meine Chancen da auf Erfolg viel höher. Weil ich da quasi schon die Steigung habe. So. Ist da einfach ein Loch im Boden. Weil ich da einfach schon dieses kleine Niveau habe. auf das ich am E kommen möchte. So. Und dann ist es natürlich auch besonders wichtig. Auf der Ebene muss was anderes sein. Dann kann ich auf der Ebene damit anfangen. Das war jetzt dämlich, aber das ist egal. Das kann ich später wegmachen. Später wird alles gut. So. Wir setzen uns quasi in die Glas-Zwischendecke. Einfach damit wir da unten ein bisschen Beleuchtungsprobleme lösen. und auch eine kleine hinterhältige Falle basteln können. Und ich glaube, ihr denkt schon richtig, wenn ihr euch überlegt, was ich da jetzt wohl machen will. Ich glaube, ihr denkt da schon absolut richtig. So. Okay, dieses Niveau ist eigentlich einen zu weit oben. Wobei, nee. Dieses Niveau war genau richtig. Ha. Das war genau richtig. Das war genau richtig, aber trotzdem muss ich da eigentlich momentan noch Dagegen sein. Wähle ich ja Oh, da unten gibt's Essen. Zwei. Bam, 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 bam. Hm, Kohle. So. Drei, Shift, zurück. Laufen, 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 laufen. Zwei. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dieses Niveau, eine rein. Okay, ich brauche definitiv Licht. So, zwei. Da, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Und dann kann ich wieder ein paar Gläser setzen. So, und dann hier zwei. Zack. Du, 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 du. Du und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. So, und jetzt sind wir hier quasi auf dem Niveau, auf dem wir auch sein wollen, um unseren Plan in die Tat umzusetzen. Wobei das jetzt ein bisschen dämlich ist, dass ich das hier alles rausroppe. Weil ich ja eigentlich nur das niedere Niveau rausroppen muss. Und das war eh falsch. Also hier vier. Du kommst wieder da rein. Dass ich den rausgeruppt hab. Weil jetzt nur noch queer sea Tubb. Und du kommst wieder zu Wehole,